Der Junge hatte viel Blut verloren. Er hatte nur wenig Zeit, ihn leben zu... Das ist deine verdammte Schuld. Das ist doch wohl ein Scherz, oder? Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie... Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie nicht dafür bekannt sind. Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie nicht dafür bekannt sind. Wir sind gleich da. Wir haben es geschafft. Ja, das ist geschafft. Wir sind nicht dafür. Wir sind nicht dafür. Wir sind nicht dafür. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Er hat den Mann durch niemandland getragen? Der Kerl ist ein verdammter Held! Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wird es doch nicht tun. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, Hörstel, vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Oh, kaum, aber danke. Zu mir willst du nicht mehr auch einen schützen? Hier drüben! Ich mach's! Rekum, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du nicht aussetzen willst? Keine Chance! Schön ist mir ein Orden! Klasse, wieder das, was sie auch meist am Spielen hast. Wollt ihr bereit? Natürlich bin ich dabei, verdammt! Natürlich bin ich dabei, verdammt! Ich bin unterwegs, ich sicher unsere Heck! Ohhhh... Oh, wirklich hart! Scheiße, wie viele Leute! Jaa, wie denn, meido, meido, meido Jaa, weiß ich, oh, ich kann sich dieses Fliegen Also, echt Respekt, diejenigen, die da mal geflogen sind So, du brennst, schwarzen Schäden, die von dir So, du bist gut, das ist noch ein Schäden, der von dir Wir haben einen hinter uns Oh, die Längung ist so kacke Oh, jetzt wird er warm Hoffen wir mal Oh, das ist ja noch ein bisschen länger, also werden dann noch ein Backhop Boah, jetzt ist der Schäden, guck auf die Kuppe Oh, das ist ja noch ein Schäden, guck auf die Kuppe Oh, das ist ja noch ein Schäden, guck auf die Kuppe Oh, wie ich das hasse Das war verdammt gut geflogen Na, wenigstens haben wir nachher was zu erzählen Neues Problem, da sind Bomber Ja, woher ist mich doch wohl, ja, oh, scheiße Die Bomber sind das Ziel, konzentrier dich darauf Ich gebe Vollgas und gehe in den Sturzflug, damit ihre Schützen und sich erwischen Festhalten Oh, einen hätten wir schon mal Oh, was ist das? Hi. Weißig. Klingt aber ganz schön. Zweidritte, Junge. Oh. Na. Hoch. Verschwendigkeit halten. Attackiere die Bomber im Vorbeiflug. Dann können ihre Schützen uns nur schwer erwischen. So. Wir haben auch. Wir haben auch. Wir haben auch. Ach. Ach. Okay. Okay. Der ist. Ah. Oh. Wo ist denn der? Wenn mal jemand. Da ist. Ah da. Ja. Wir haben ein Problem. Oh nein. Jetzt kommt nur nicht auf dumme Gedanken. Du wolltest doch einen Orden, oder? Ja. Wir werden alle sterben. Da 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 da. 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 Da da da. Oof! Oof! Na? So, einen hätten wir. Das war eine Scheiße. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Du und dein großes Mundwerk, Blackburn. Bist du okay? Holen wir uns die Flagge! Okay, ich geb dir Deckung! Okay, wir müssen da rauf! Zieh nicht runter, okay? Okay! Los nicht runter, verdammt! Holen wir uns die Flagge! Ist Wahnsinn! Was ist denn die Flagge? Was ist denn die Flagge? Dieses Beschützt lässt unsere Jungs sonst vorhin! Wir müssen es übernehmen! Ich seh's nicht richtig! Da hat er aus! Oh! Vorsicht! Wir schießen uns von allen Seiten! Ich seh' ihn! Wer ist da drüben? Das ist der! Scheiße! Nein, nein! Tja! Bist du okay? Alles gut! Alles okay! Bist du ja! Wir kriegen einen Weg zurück nach oben! Ich geh' rüber zu der Flagge! Okay, mach' ich! Sooo... Lock dich rein, das ist die Besuch, okay? okay Was? Sei leise. Jetzt hört sich jeder deutscher auf diesem verdammten Ballon. Wir haben Rückkraft frei in den Gartburg-Steuerfonds. Reparaturgemeinschaft 2. Rücken Sie aus und sehen Sie sich das an. Schießen auf Luftschiff. Geile Idee, Leute. Das ist eine blöde Idee. Die Bereiche. Die Bereiche. Hier ist doof. Was ist das? Ein Spieler und ein potenter Kerl! Ich bin ein potenter Kerl! Ich bin ein potenter Kerl! Das geht auch für dich, du wusser Mistkerl! Komm ruhig! Ruhig! Komm schon! Komm schon! Ruhig! Oha! Du hast wohl nicht erwartet, uns wiederzusehen! Was?! Was ist die Hölle? Du willst nicht auf, denn wir müssen weg! Kannst du dich? Schnellstunden Dial 30 Schnellsträ Kenny O haben wir zu Ende? Und das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der im Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet, nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Wilson! Aber das ist alles Unsinn. Meine Vision ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder?